Norddeutscher Rundfunk 2021 Wie geht es Ihnen unterdessen? Ja, matt. Und ähm... Traurig. Und irgendwie leer. Aber Jonas, du weisst schon, dass ich eigentlich seit Jahren auf ein neues Manuskript von dir warte. Dass ich nicht mehr ausholte, dass ich irgendwie die Böse bin, die die Familie kaputt gemacht hat. Ganz gut, dann machen wir es jetzt halt wieder so, wieder aus für gut. Gut, ich würde an diesem Moment jetzt gerne unterbrechen. Aber du bist sicher, dass du die Geschichte nicht nur darum so gut findest, weil die Autorin jung und sexy ist? Nein, 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 nein. Ich habe einfach das Gefühl, ich kann nichts. Ich bin 28 und ich kann genau nichts. Er macht mich jetzt eben berühmt und erfolgreich. Okay. Nein. Genau. Und mein Blick hier rein. Du bist okay. Du hast gesagt, es muss am Schluss mein Stil sein. Ja, es muss aber auch gut sein. Das war überspitzt von mir. Das tut mir leid. Sorry, sorry. Ich nehme alles zurück. Du bist alt und ein Mämer. Du bist so geil. Ja. Ich nehme alles zurück. Du bist so geil.